Herzlich willkommen zu unserem heutigen Event unseres Recon-Netzwerks Bergisch Gladbach, dem Grillkurs bei Santos in Köln. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise wurde im Kollektiv erledigt und jeder hatte seinen eigenen Schritt, den er zubereiten durfte. Mir hat es heute mega, mega, mega gefallen. Man muss gerade die Führung durch die ganzen Grillkurse und sowas, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hatte heute mein erstes Recon-Event, es war sehr nett, ich habe nette Gespräche geführt und sehr lecker gegessen. Santos Grillkurs hier ist ein Highlight, also man kann nur dazulernen. Hat mir gut gefallen. Coole Location, nette Leute, vor allen Dingen hervorragendes Essen. Ich habe mich entschieden bei V-Com dabei zu sein, weil ich einfach Kontakte knüpfen will, weil ich mich mit netten Leuten treffen möchte. Ich halte viel von Netzwerkveranstaltungen, weil man einfach immer wieder anderen Leuten begegnet, die in der Regel gleichgesinnt sind und die vor allen Dingen ähnliche Herausforderungen gemeistert haben oder noch am Meistern sind. Das ist ganz gut, man einfach.